Hallo Freunde, so, jetzt bin ich wieder zu Hause und jetzt muss ich leider noch diese Sache ausbaden, die der Rokko da gemacht hat. Der hat ja den Hut geklaut von diesem komischen Typ. Naja, und jetzt bin ich hier in dem Zimmer und diese ganzen komischen Typen rumrennen. Nein, stehen, guck mal, da. Alles, alles voll. Hier sind nur die komischen Leute, da hat er einer mit Maske. Ja, ich mach noch mehr mit Maske. Ich hab keine Angst vor dem. So, aber jetzt, wo ich eigentlich hin muss, ist er ganz oben. Deswegen, ähm, Lift bitte. Na, ich ging aber schnell. So, dann fahren wir mal hoch zu dem Vollfosten. Und hier ran, bitte. Ach, hört, aber das war knapp. So, da bin ich. Das ist der Typ mit dem Hut. Ja, pass mal auf. Wenn du meinem Freund Rokko was tust, dann hast du es mit mir zu tun, verstehst du? Hast du nicht? Die lacht nicht aus. Ich weiß nicht, was ich das nicht? Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Bitte was? Kann ich auch Deutsch? Alles noch? Willkommen zu meinem Eisner! Das ist ja... Was war das? Das ist ja ein Tunis. Wie war das? Was ist denn da los da unten? Nee, nicht? Oh, Kuh! Nein, ich habe es in Ordnung, Loli. Ich habe mir schon was anderes genau. Ich habe mir schon was anderes genau. Ich brauche die Nutzer. Ich habe mir schon was anderes genau. Loli! Nee! Nein! Nee, Roku! Oh, ich bin ganz durcheinander. Nein, nein, nein. Oh, nee, ne? Alles okay, Hermann. Ich habe schon was gefunden. Äh! Ich... Roku? Ja? Kann ich hier ja nicht bringen. Ach, die Gelti vermisst keiner. Ich denke aber schon. Ach, Quatsch. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Fix und fertig. Ich muss hier raus. Erstmal Tschüssikowski. 千 physics- Ja, Geil. Wenn. Ot she Island.